Moin Freunde des gesunden Alkoholkonsums und willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League und heute haben wir einen ganz guten Anlass dieses Spiel hier zu spielen und zwar hat der gute Cristiano hier mit den DeLorean gesendet Ey, du hast einen echt geilen Wagen, muss ich sagen, Cristiano Dankeschön Ich finde meinen auch nicht schlecht, aber deiner hat was, das ist ein gewisses Etwas Ja, ne, dieser Unterschied ist einfach Wow Welcome to the next round Richtig unnötig, dass ich gerade hier gesprungen bin Meinst du dich deinen Bildschirm anlassen diesmal? Was für ein Bildschirm, Digga Ich habe ihn weggeworfen Als ich gemerkt habe, ich bin so gut in Rocket League, dass ich gar keinen Bildschirm mehr brauche Was mache ich denn hier? Äh, nein Oh, das war so schlecht von mir Das liegt am DeLorean Du bist immer gewöhnt, den Batmobil zu benutzen Weil du ein Bad Boss bist Jo, Hauptsache mein Mikrofon ist gerade vor allem abspacken Hauptsache mein Lagenkabel ist gerade rausgeflogen Nö Ich habe vor mir einen Laptop zu kaufen Ja, heads up Sven Als ob wir beide dran vorbeifahren Wir müssen zurück in die Zukunft, Marty Zurück Es ist noch 0-0 Stand Stell dir mal vor, du kannst das machen Ja, aber definiere 0-0, Alter Nein, ist doch nicht unser Ernst Egal Oh, wie ich ihn gesaved habe Was ist der Weg? Befreiungsschlag des Todes Geht der, geht der, geht der Nein, der war zur rechten Zeit am rechten Ort Ey, ich habe gerade, glaube ich, noch gar nicht mal berührt Erzähl mal was von deinem spannenden Leben Boah, ich war in der Disco gestern Nein, mich interessiert das eigentlich nicht Ein Tor, ich glaube es nicht Vergiss nicht, nach dem Spiel musst du mir genau 20 Euro geben YouTuber buchen ist echt teuer in letzter Zeit Hä, diesmal hast du mich gebucht Hä? Ich will auch 20 Euro von dir Das heißt, wir schulden uns nichts mehr Jetzt sehe ich auch Sie, Felix Ja, bei Felix hat man wenigstens noch was Ja, bei Felix, bei Läufts habe ich gedacht Junge, wir verlieren 3-0, Mann Jetzt mach den scheiß Bötchen wieder an Hä? Ich schließe jetzt mal die Tastatur wieder an Die leuchtet bei mir sogar Oh, it's magic Boah Vorlage Back to you Ich komme Und, 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 und John Cena Oh, ich war weggekickt Oh, mein Gott Digga, wo bist du? Mach mal eine Vorlage, Diggi Back to you Kriegt er nicht hin Easy Wow Wow It's amazing Grace Oh, mein Gott Alter In der Einzelrunde, wenn ich eins gegen eins spiele, bin ich richtig gut Das ist einfach Rangspiel, man Guck dir das an Ich hab's versucht Ich hab's versucht Alter Nein Und im Endeffekt hab ich dann noch eine Stunde Klavier gespielt Im Altesheim Die ganzen Alten sind vorbei Ja 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 Er hat's eingesehen Er hat eingesehen, dass er verlieren wird No problem Mama, ich nehm auf Als Sven Jetzt Alice Ja, Classic Den 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 Oh, schade Nein, ich wollte Vorlage geben Uh, back to me Back to me Back to me Digga Uuuuuh! Oh fuck, du bist ja zu früh abgeschwungen. Alter, dieses Auto ist richtig cool, wenn es schnell wird. Aus dem Weg! Weiß ich nicht, Chef. Warum? Oh, ist das schlecht, ey. Hä? Eben verlieren wir so übel! Uuuuh, hätte ich aber auch gekriegt. Eigentor. Back to you. Oh Gott. Alles klar, Digga. Ich hab früher hinspringen müssen, Alter. Ich hab dir vertraut, aber du bist einfach scheiße. Du kannst mir nicht vertrauen, du spielst theoretisch alleine. Nein, ich bin zur Dekoration da. Zur Dekoration einfach. Uuuuh! Ich komme! Back to me! Oh, ich hab ihn gerettet, ich hab ihn gerettet, Alter. Du hast gar nichts, Digga! Ich hab Befreiung... Arme Nackäume, ey. Uuuuh! Nein, 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 nein. Der Roland ist schon wertvoll. Genauso wie mein Schwanz. Könnt ihr beim Preis gut hinkommen, wenn man mich mieten will. Verwechselst dich gleich mit Felix bei, Alter. Was? Du verwechselst dich grad mit Felix bei. Sein Schwanz kostet doch keinen 2 Millionen. Was? Hä, doch klar. Hat er sich versichern lassen, hast du dich gehört? Ach so, wie Cristiano Ronaldo sein Bein, oder was? Bisher ist einfach in jeden Part Felix bei irgendwie drin. Ist echt so. Oh mein Gott. Wir wollen's spannend machen, Leute. Pfff, pfff. Back to you. Pfff, 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 pfff. It's Spider-Man time. Pfff, 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 pbam! Christian. Ach, ist doch nicht dein Ernst, Mann. Pfff, 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 pfff! Pfff, 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 pfff! Pfff, pfff! Pfff, 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 pfff! ich liebe dich auch eingesteht sich gerade 3 zu 2 oder also für uns oh mein Gott das war jetzt seine Schuld diese bisher nicht hingefahren ja ist sie ja es sei nicht nach vorne vor der Kunde herrschte die Koalition ich verstehe die Koalition in der Tat liegt Leute lasst uns das in die Charts bringen BNL Vorlage schade oh nein der eine hat es verändert oh nein ich hab den Punkt sogar bekommen oh mein Gott obwohl wir zwei Tore nach hinten liegen komm schaff ich noch zwei Tore in 5 der Ball ist noch warm ja aber ich hab drei Kinder und zwei Geld ich hab lieber fünf Kinder und ein Geld was eine Frage Yannick wenn ich dir ein Apfel gebe und du musst ihn zwischen vier Leuten teilen der dritte will aber das doppelte was der zweite bekommen hat der vierte bekommt nur ein der vierte bekommt nur ein Stück oh Gott falsche Richtung was bekommt der zweite was lass den Ball in Ruhe du Wichser zurück zu dir zurück zu mir oh das war der Fail vorlage vorlage kriegst du hin fuck noch 15 Sekunden Alter wir müssen Tor machen nein das war der Fehler das war der Fehler nein ich hab echt die Hoffnung gehabt Christiano fühlt sich auch gerade so romantisch berührt fühl dich angefasst Yannick fühl dich angefasst Lover 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 it's me oh vorlage was das Tor ist einfach genauso wie eben guck mal vorlage und dann macht der rote den einfach rein da der DeLorean das warst du das warst du ja hast dich schnell umgefärbt ne du hast wechsel ich hab neben ey Digger ich hab neben mir gerade ein PC stehen ich hab zwei PCs hier stehen alles klar ich spiel gerade einen von unseren Gegnern der Laptop ist unten und du spielst ja der ist vom Tor weg der ist vom Tor weg hau ihn rein hau ihn rein ich hab ihn echt gekriegt ich war so weit weg ne uuuhuuhu Digga Digga lass ihn los oder lass ihn in die Mitte bitte bitte oh knapp komm du Christin oh mein Gott ich konnte nicht richtig rückwärts fahren es leckt es leckt huuuh nööööö buh oh nein das war der Fehler du darfst nicht aus dem Tor gehen Digga nicht aus dem Tor gehen du bist mein einziger mein Name ist nicht Digga lass ihn in Ruhe den Ball Entschuldigung Digga äh ich mein Digga ich mein falsche Torseite back to back to back to goal nein es kommt niemand es kommt niemand du hast viel Zeit es ist Zeit Brudi okey okey nein 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 ocheein macht er nicht. Digga schließ mal wieder deine Tastatur an, das wird langsam langweilig. Langsam wird dieser Spruch echt ausgelutscht, man. Happy Felix Mama. Ruffle Cop, dude. Eins Oppi Oppi in deinem Mundi, dass du zwei Tore gemacht hast. Eins Oppi Oppi in deinem Mundi. Was hast du da für Cheats an? Was hast du da für deine Cheats an, ey? Ich hab den Flycheat. Obwohl ich gar nicht fliege. Für uns beide. Oh, 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 oh. Die Vorlage. Oh, hier. Oh Gott. Martin, wir müssen zurück in die Vergangenheit und alles ändern. Straßen, Martin, da wo wir hingehen brauchen wir keine Straßen. Wir brauchen nur Schien. Ich schalte Schien. Der war richtig flach eigentlich. Oh, war der Zucker. Baby, du bist Zucker, mir wird heiß. Die haben wir ausgegeben, oder was? Für jedes Mal, wenn die Leute aufgeben, trinken wir einen kurzen. Okay. Und damit würde ich sagen, willkommen bei... Äh, nee, gar nicht. Tschüss. Tschüss. Ich würde gerade sagen, willkommen bei der nächsten Runde. Abonniert mich. räuchern 8, bis zu einer Diät. Für mich. Ich hab dich, Vertubst ein.